Warum sind Sie genervt? Ich bin weder genervt noch sonst was, aber ihr wisst ganz genau, die zwei Herren sollen sprechen und auf das haben wir uns geeinigt und das halte ich gerne ein. Ich bin weder genervt noch sonst was, ich bin ganz entspannt. Ich bin ganz entspannt. Let's fuck! I fucking didn't move!